Hier unten. Ich hab doch gar keinen Do-Like drin. Alles gut, Junge. Beruhig dich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin MeccanBagger. Willkommen zu meinem Gameplay-Updien-Kanal. Jetzt gibt es wieder eine Runde Fortnite Battle Royale mit den Hightower und mir. Ich denke mal, das ist die letzte Folge, die jetzt von dieser jetzigen Season kommt. Wenn die nächsten Folgen kommen, ist wahrscheinlich wieder die neue Season am Start. Und ja, wer hätte das gedacht, das war wieder live on stream. Meine Fresse ist unten. Links zu sehen. Das war eine schöne Folge. Ja, ich... Ne, Asi-Look will jetzt nicht sagen, das war wieder der Asi am Start. Und es war gleichzeitig noch Frauentag. Also, ja, zwei Asis am Frauentag auf dem Weg zum epischen... Ja, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und jetzt let's fucking go mit dem Video. Ich komm von hier oben. Ich seh grad, dass ich hier irgendwas machen muss. Wenn ich schon mal hier bin, hier ist eine Kiste. Oh, nein, hier ist ein Revolver. Fick die Henne. Mein Leben unter den Eidgebundenen war einsam und voller Geheimnisse. Du warst auf diesem Schlachtfeld an meiner Seite. Vielleicht gewinnen wir gemeinsam. Letztendlich entscheiden die Sterne. Aber ich danke dir für alles, mein Freund. Ich bin hier oben. Moment, der hat einen MP. Gerade, ich bin da mit mir dran. Heftig, Alter. Hat er mich getrocknet. Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich bin da mit mir dran. Was gibt's hier Schönes? Oh, nein. Blaue Skali. Aber wir gucken jetzt mal, was da aus dem Dings rauskommt. Bevor ich hier was ausgebe. Oh, hier ist eine Schatzkarte. Ich hab vier Biggie. Äh, war meine. Können wir ja gerne hingehen nachher gleich. Wir müssen in der Innen in der Richtung. Die Zone geht eigentlich. Hey, hey, Junge. Oh, noch ein Biggie. Geil. Geil. Das habe ich fünf Biggie, Alter. Ja, warum führst du dir welche mal ein, oder? Ich hab eigentlich gehofft, dass wir noch was anderes füllen. Da vorne flügt, da hinten. Da vorne flügt er. Ja, ich hab sechs Minis. Komm, lass die Karte. Aber du musst spüren, ich weiß, wie gut die ist. Ja, warte. Oh, mein Gott. Ah, ich hab sechs Minis. Ach Scheiße, das ist auch gut. Ich auch. Abfahrt. Scheint hinterm Berg zu sein. Oh, hier ist immer noch eine Kiste. Oh, eine schwarze. Komm her, Baby. Ach hier, das ist Exkadi. Oh, unser Auftrag müsste ja auch irgendwo in der Nähe sein. Ist auf jeden Fall eine Zone, die... ...die Dings. Schatzplatte. Hm. Oh, da hinten sind wir hier, glaube ich. Da, wo unser Schatz ist. Da. Hm. Irgendwie nicht richtig verguckt hab. Hier sind zwei, hier sind Biggies drin. Zwei Stück. Ich hab drei. Okay. So. Pass mal auf. Wow. 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 Ich hab jetzt ne Slot frei. Ich hol mal die Biggies schnell, ne? Kann nur das. Das ist mein Health hat man. Sechs Minis, zwei Biggies. Warte mal, lass mal hier unseren Gesuchten abfangen. Meinst du, er kommt in unsere Richtung gestiefelt? Ja, zur Zone würde ich sagen. Außerdem sind hier noch Kisten. Ich habe einen Schlüssel. Willst du einen Rocket haben? Äh, ja. Lass ich aber... Ach ne, ich habe Schiesseisen, das kann weg. Perkegt er auch der Zone, oder? Das ist ja auch eine... Oh, ne. Wo ist jetzt... Er ist hier irgendwo. Der Radius ist noch sehr groß, ne? Da um! Das sind zwei. Ah, Alter, es sind keine... Das sind keine Bots. Scheiße! Der ist abgehauen, der eine ist down, der eine ist down. Neh mich schnell hoch. Wo bist du? Was machst du da? Das bin ich? Ja. Der andere gleitet zu seinem Kumpel hin. Wo ist er denn? Der Kumpel? Makin. Der muss hinten irgendwo sein. Der muss hinten irgendwo sein. Der muss hinten irgendwo sein. Ich bin gut. Hast du Bühler? Nee. Da kommt der. Ja, der ist down, der ist white, der ist white. Da kommt der. Da müssen wir aber laufen. Die haben auf jeden Fall... Die haben auf jeden Fall grünes Leben, Junge. Oh. Hier, Spray. Ich nehm den hier schnell rein. Nee, dann nehm ich den Spray. Geht schneller. Ich nehm den Spray noch mit. Nee, ich nehm... Pfeif mir die Biggies rein. Warte, ich muss... Ach, Scheiße. Die Zone. Oh, hier kommt doch keiner. Die Zone ist so schnell wie wir laufen, alles gut. Mhm. Also wir sehen jetzt keinen. Der Einer hat die zweimal Daumen gehabt. Der hat also ne scheiß MP gehabt. Mhm. Also wollten wir die eigentlich mitnehmen. Im Nahkampf ist die MP echt besser als die Pumpe. Weil wenn er sich bewegt, kannst du weiter drauf halten, weißt du? Kommt drauf an, welche Pumpe du hast, ne? Ich glaube, die sind auch nicht drin, die Scheiße. Ich glaube, die sind auch nicht drin, die Scheiße. Vielleicht wo uns wird geschossen. Mhm. Hier unten. Ey, ich hab doch gar keinen Do-Like drinne. Alles gut, Junge, verrück dich. Alles gut, Junge, verrück dich. Oh, ja, er hat eine Granate geschnitten. Oh, der hat auch Rockets. Das tut ich auch früher. So, jetzt falle ich mir erst mal einen Biggie rein. Jetzt auch einen. Hatte der andere noch Blue-Life? Oh Gott. Kannst du mir einen Biggie geben? Oh, Alter, was ist da los? Da werde ich gleich erst mal einen Rocket reinjagen. Der da oben hat einen Rocket, glaube ich, ne? Ja, ja, okay. Er fällt doch schade zu sein. Der da draußen hat der eine eigene Gold. Hast du Rockets? Ja. Bitte. Ja, okay. Hast du Greenline? Äh, hat der da oben ein? Ich kann dir ein paar Minis abgeben. Da gibt man zwei. Da hab ich immer noch. Oh, der ging in der Schuss zu uns. Keine Ahnung, was wir haben. Am liebsten würde ich das anziehen, aber komm, wir müssen weiter. Da ist er. Die Zone geht jetzt auch los. Wie schnell wir in den See hinüber. Da oben wurde auch gebaut, Junge. Die haben einen Rocket angeflogen. Haben die auf mich echt einen Rocket geschossen? Ja, die sind dumm, Junge. Haben die lange Weile oder was? Ich weiß nicht, was die war. Die sollen meine guten Rocket nicht verschwenden, Junge. Aber ich brauche ihn leider noch von denen. Das ist aus dem großen Hohenberg. Alter, was machen die denn da? Oh, der ist auf dem Fohen. Da ist er, was ist der Dat e Antes. Was macht das? Was macht das? Und wer hat das? Oh, dein, der ist der Hier. Oh, der ist ja. Oh, der hat die? Holz kohle. Oh, der ist ja. Freunde, ich bin weiß, was weiß, was ich. Oh, der ist alles ist. Oh, der ist sicher. Ich treffe keinen Schoss da unten. Lass mich mal. Ich habe einen getroffen, aber nur ein 30er-Hit. Wir müssen aufpassen, dass ich nicht noch ein Rocket rein bin. Ja. So tief fallen wir nicht. Hier vorne. Der eine ist fast down, der da ist fast down. Der da auch. Der eine ist down, Maxi King. Was, Maxi King? Ups. Da, er soll seine Kuppe kratzen. Ja. Maxi King ist ganz tot. Er geht auf die andere Seite vom Berg. Hier. Da ist gerade einer rübergegangen. Da ist gerade einer. Ja. Wo ist der Kumpel von Maxi King? Da. Tot. Komplett tot? Ja. Ja. Ich habe doch seinen Kumpel getötet. Ja, ich meine. Ja, die anderen sind da hinten irgendwo. Oh. Brauchen wir auf den Berg? Ist der noch drin? So halt, ne? Der Herr Berg. Oh. Man, bin doch gut. Na, hier der hoch. Hast du den Greenlight? Hast du den Greenlight? Ja. Ja. Hier ist ein Trampo. Das können wir nutzen. Ab auf den Berg. Nee, warte, ist das Grünack? Ja, warte, ich fahre ich mir erst noch ein Lacket dran. Oh, schwarze Kiste. Rocket, Junge, lecker. Soll ich mir den auch nehmen? Ja, eigentlich kann ich nur einen geben. Ich nehme den Rocket mit. Ich gebe dir ein paar Rockets. Nee. Nee? Okay. Nee, ich lasse den Piefen nacken. Gut. Wollen wir den auf dem Deck auch? Der ist noch so ein bisschen drin. Ja, und das wende gleich nicht. Warte, wir warten die Zone ab. Okay, ab auf dem Berg. Da zu den Steinen. Hier zu den Breit, genau. Ganz oben. Hoch. Hält schon, hält schon ein. Habe aber nichts bekommen. Der muss hier Luftikuss haben. Zum Gleiten. Oh, heuch. Lass uns doch da rein, würde ich sagen. Nee, alles gut. Aua, du scheiß Schwein, Mann. Gib mir den. Ah, wenn du rein willst, dann geh rein. Wenn du nur eine bessere MP findest, als eine graue Sache. Die sind hier irgendwo. Da sind sie. Ja, jawoll. Sehr schön, Mann. Sehr schön. Geil. Die Asi-Truppe macht sie, Mann. Zum Frauentag. Yay. Sieben Kühls.